Luis, Luis, bleib stehen, bitte. Hey, ich weiß, ich hab dich verletzt und belogen. Du hast das Recht, auch zu sein, aber... Was? Was? Soll ich dir vergeben? Alles halb zu schlimm? Du sollst mir zuhören. Du hast hinter meinem Rücken mit einem anderen Typen gefickt. Wie oft hast du mir versprochen, dass das nie passieren wird? Ich hab dir alles durchgehen lassen. Aber das... Luis, bleib stehen. Hey, ich will dich nicht verlieren, Mann, ich liebe dich. Du hast alles kaputt gemacht. Tu in deine Scheißlügen. Das war's. Es ist aus. Ich hab's. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken. Weil da gibt's noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an. Die gibt's hier. Aber wisst ihr, was ich mach? Ich abonniere einfach. Ja, los! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal.